leute ich weiß dass es nervig ist aber muss man machen so viel mehr So viel mehr. Das war's für heute. Ich möchte denn jetzt ein Ziegelsteinhaus bauen. Ich habe schon lange ein Ziegelsteinhaus gebaut, aber vielleicht... Das war das Haus, wo Atom dann mit drankommt, da versprochen, ne? Das Bauhaus war übrigens aus Holz wieder. So. Ne. Wollt noch. Ich glaube, es hat man nicht. So. 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 Puzzles. Was sind noch? Mal mal. Mal ernst. Wollen wir es auch lange aber egal. 4 Kisten hochfüllen. Also ich werde da bestimmt noch einen Eingang machen, das wird ein 2 Eingang gescheit. Also quasi, dass da hinten noch ein Eingang rausgeht, so? Ich tu mir das doch wieder. Und der Bärkutter übrigens, der Balkon wird nur umgebaut, wenn man wieder an der Bärkutter arbeiten. Ich weiß, wann man drüber arbeiten wird. Und da kommt ein Tunnel noch hin, denn er ist irgendwann. Das soll es tun, weil es so lange ist. Vielleicht zwei Parts, man kann auch so eine halbe Stunde. Auch heute gar kein langes Team. Oh, das ist wahrscheinlich jetzt schon Bände, weil Leute, ohne Gäste ist... Leute, ich brauch da einfach noch ein paar vier Wochen. Also würde ich sagen, Leute, das war's für einen kurzen Part. Haut rein und tschüss. Tschö! Bis zum nächsten Mal.